So, wie kommen wir jetzt da runter? Ich werde einfach, boah, mein Glück versuchen. So. Ich habe das Gefühl, das kann dauern bis wir da unten ankommen, aber ich habe das nächste Gefühl, dass es sich doch ein wenig lohnen wird. Huch. Wenn wir bei uns mit dem Bauernhof und so, ne, wenn wir da nicht in der Alpha, äh, noch in der, in Alpha-Region stecken würden, dann hätte ich richtig Bock, da wirklich so ein Höhlensystem auszuheben, mit Lohren und all so einem Krempel, aber das lohnt sich halt nicht, weil es alles noch Alpha-Region ist. Und da sieht die Rohstoffverteilung natürlich auch ein bisschen anders aus. Ich glaube, da würde ich nicht mal läppisches Lazuli finden. Diamanten schon, aber wahrscheinlich noch viel vereinzelter, als es die heute gibt. Da war Minecraft damals noch ein bisschen geiziger mit. Im Gegensatz zu Kohle zum Beispiel. Alter, wie riesig das hier ist. So, die Kohle nehme ich mal mit. Da vorne ist eh. Der nächste Abgrund. Alter, wieso kriege ich keine XP? Na also. Na also. So. Wir nähern uns bedächtig dem Boden. Ich glaube, so wie das aussieht, sind das mehrere Schluchten ineinander gewoben. So, ich weiß, ach scheiße, da geht es auch noch um die Ecke. Unser schöner Plan von einem kleinen Treppchen hat sich damit natürlich erledigt. Aber egal, wir versuchen unser Bestes da irgendwie runterzukommen. So, warte. Ach Alter, ich gehe immer auf die üblichen Hotkeys. Wenn ich Spitzhack und Schaufel aktivieren will, deswegen gehe ich immer auf die falschen Items. Nicht wundern. Ach du Scheiße. Okay, pass auf Freunde. Dann muss ich hier um die Ecke gehen, wie es aussieht. Da geht es schon bergab. So. Und dann graben wir uns jetzt hier einfach in die Tiefe. Zweierbreite ist natürlich völlig übertrieben. Ach scheiße, was habe ich denn da gemacht? Ach gucke mal. So, und jetzt einfach... Ich glaube es reicht, wenn wir uns dann hier runtergraben, oder? Dann müssten wir theoretisch... ...ankommen. Jawoll! Und wir sind auf dem Boden der Tatsachen angelangt. Ich beleuchte das Ganze jetzt nochmal ein bisschen. Äh... Scheiße. Alter, schon ewig keine Höhlenerkundung mehr gemacht. So. Und dann machen wir uns erstmal wieder... Ach, für 40 Fuckern reicht's nur noch. Wir haben leider kein Holz mitgenommen. Das war sehr schlau von uns. Also in diesem Falle bin ich wahrscheinlich schuld. Wieso eigentlich? Ich wollte doch unbedingt welches mitnehmen. Ich habe doch noch gesagt, ey, lass mal Holz mitnehmen. Und ihr habt mich nicht daran erinnert. Finde ich nicht gut. So, da unten der Skorpide. Und wir machen natürlich... Die Wasserquelle schließen wir hier mal direkt ein. So. Alter, ist das ein Black Skorpion? Ah, ja. Und da hinten Zombie. Noch ein Zombie. Läppisches Lazuli. Und alter, was ist das denn hier für ein... Da hinten sehe ich Gold. Mal alles abscannen. Da ist Gold. Da ist Silber. Ein Minenschacht. Das heißt, wir kriegen auch wieder Holz, wenn wir uns bis da oben... Vorkämpfen. Das Ding ist einfach nur... Huch. Das Ding ist einfach nur, dass das hier alles sehr, 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 sehr riesengroß ist. Und ich fürchte, wir werden... Uns verlaufen. Mach's ganz neues, Kronkh. Okay. So, Eisen nehmen wir natürlich wieder mit, wie immer. Und dafür lassen wir was zurück. Ich weiß es gar nicht. Zwei Steine brauchen wir nicht. Hier einen Koppel brauchen wir auch nicht. So. Zack, zack. Ach du Scheiße. Und es geht hier überall in die... In jede Richtung geht es hier. Der Zombie hat uns bereits... ... hat die Witterung aufgenommen. Aber wir flüchten mal in diese Richtung. Sobald das Holz alle geht, wisst ihr ja Bescheid. Und ich glaube der Zombie... ... wird dann gleich von hinten dazu stoßen. Nicht? Oh, ich dachte... So. Dann hauen wir uns mal hier ein bisschen... Also eisentechnisch, ne? Interessant wären übrigens Bergbau-Zombies, wenn die zum Beispiel... ... so selber... ... mit Spitzhacken oder sowas... ... hier so... ... von den Bergbauarbeitern, ne? Wenn die mit Spitzhacken selber noch... ... die Wände wegreißen und sich zu einem selbst vorbuddeln könnten. Scheiße. Wenn es das gäbe, das wäre wahnsinnig interessant. Ich lass das Redstone mal da. Wir nehmen nur ganze Stacks... Also ganze... ... ganze Dinger mit. Mit der Behutsamkeits-Spitzhacke. Weil sonst klumpen wir uns damit komplett das Inventar zu. Und ich glaube wir werden hier eh noch ein bisschen was finden. So, hier bauen wir mal ein bisschen zu. Und versuchen dann mal unser Glück mit Diamanten. So, Moment. Das nehmen wir natürlich auch mit. Da hinten ist auch noch Eisen. Da oben sich auch noch Redstone in der Ecke rumgammeln. Das nehmen wir natürlich auch... Alles mit... Diamanten. Oh, 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 oh. Fünf Stück. Sechs Stück. Und dann dazu noch Redstone. Oh, das riecht mir fast an der Falle. Was schmeiß ich dafür weg? Dafür schmeiß ich natürlich alles weg. Drei Holz nicht. Die brauchen wir noch. Verrottetes Fleisch. Rohes Schweinefleisch werden wir... ...nicht so schnell brauchen. Dann hole ich mir erstmal ganz kurz das Eisen. Und danach das Redstone, weil bei dem ich ein bisschen Angst habe, dass da drunter sich Lava befindet. Da müssen wir hier ein bisschen vorsichtiger sein. Wir haben... Öh, wo sind sie denn? Sechs Diamantenerze. So, yeah. Und leckere Schweinesteaks. So, dann gucken wir mal. Ich glaube dann werden wir hier wahrscheinlich wenig Glück haben. Mit Diamanten. So, wie ich es immer mache, ist dann immer normalerweise hier... ...zack, die Lava wegmachen und dann unter der Lava mal gucken... ...ob sich da vielleicht Diamanten befinden. Das passiert... ...nur allzu häufig. In diesem Falle aber offenbar nicht allzu häufig. Und ich hätte eigentlich die Werkbank mitnehmen sollen, aber egal, wir kriegen ja noch Holz. Egal, komm, wir lassen die Lava mal Lava sein. Nicht so Lava, Lava, denn wir haben sechs Diamanten! So, und hier bauen wir uns die Lava zu, damit wir nicht aus Versehen irgendwann mal reinfallen. So... Und das Ganze muss dann natürlich noch befackelt werden. Weil der Widerschein der Lava natürlich erloschen ist. So, Eisen nehme ich gerne mit. Und ebenso auch... ...dat Redstone hier. Scheiße! Fast habe ich es mir gedacht. Na egal, zwei Dinger sind leider verloren. Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Aber wir haben ja noch eine... Wo ist das denn? Ach so! Wir haben ja noch eine Menge, Menge, Menge... ...potenziellen Redstones... ...und hier war der Zombie vorhin. Auf die Griffel gibt's! Der Kollege hat uns noch nicht gesehen, zwei Zombies sind's, ach der hat von seinem Kollegen das Fleisch gleich dabei Ach du heilige Noch mehr Diamanten, ooooh, ich glaube das ist unser Todesurteil Und vor allem, wir sind ja hier mitten im Nirgendwo, wir wissen nicht mal wo wir sind Ich will nicht sterben So, wir basteln uns ja natürlich alle sicher, dass wir eigentlich, ich liebe sowas, um sich eine unterirdische Basis zu bauen Also wenn ich zum Beispiel in anderen Karten so eine Mine habe oder sowas Dann suche ich immer nach diesen unterirdischen Lavaseen und baue die halt Größtenteils zu, ein Stück weit lasse ich immer da, um Lava abzuschöpfen, oder Wahlweise auch, um Items zu verbrennen, als Müllverbrennungsanlage natürlich immer wieder sehr beliebt Und natürlich letzten Endes auch, um zu gucken, ob sich darunter vielleicht irgendwo Diamanten befinden Und wenn wir ehrlich sind, Koppel gibt's mir eher mehr als genug, das heißt wir können da Jede Menge Boden wieder weg machen, so Liebe Diamantenfreunde, hallo Oh, 1, 2, 3, 4 5, schon wieder 6 Oh, 7 Und da haben wir doch, sind das Smaragde, wenn mein Auge mich nicht täuscht Die haben wir noch nie mitgenommen Haben wir auch noch nie gefunden Smaragde Ich freu mich Die bauen wir natürlich behutsam ab und dann Dafür, oah, 6, 2 x 6, da haben wir jetzt 12 Diamanterz Faden lasse ich hier und da haben wir Smaragderz Das bauen wir dann natürlich zu Hause auch mit der Effizienzspitzhacke ab Äh, mit der Glücksspitzhacke natürlich, nicht mit der Effizienz Geil Und mit den 12 Diamantenerzen haben wir die Möglichkeit auch eine Menge Diamanten zu kriegen Denn auch die werden wir natürlich mit der Glücksspitzhacke abbauen zu Hause nochmal Und damit dann dementsprechend mehr Diamanten da rausholen Weiß gar nicht, was das Maximum ist eigentlich, wenn man das macht Aber auf jeden Fall Ich glaube man kann sagen, dass man seinen Einsatz dann so gut wie verdoppeln kann Aber das ist wirklich die beste, die beste Möglichkeit effizient Erze zu farmen Also ist ja nicht wirklich farmen, ist ja eigentlich nur Effizient Erze zu ernten Ah, da hat ja jemand aufs Maul gekriegt Aber wir sind ja unschuldig, ich hoffe der wird sich nicht An uns dafür rächen wollen So, das holen wir uns natürlich auch raus Das Redstone, das war nur eins, sehr enttäuschend So, und wir machen hier natürlich wieder mal wieder mehr Fackeln hin Darf, bist du es? Alter Freund Darfie Boy Da hinten ein Zombie Und da oben Redstone, da hinten Redstone Wir sind ja hauptsächlich wegen Redstone hier und natürlich auch wegen Diamanten Das ist natürlich niemals eine schlechte Idee Die gehen uns ja nicht zu sein, die gehen uns nicht unbedingt Aber wenn wir weiterhin so wie die Wahnsinnigen bauen Und auch die Spitzhacken so missbrauchen Und ständig unsere Sachen rappen müssen Dann sollten wir auf jeden Fall Schauen Dass wir genug Diamanten am Start haben Immer, grundsätzlich immer Dramatik Also da